Seht euch bloß an, all ihr Helden und ich armes Ding mittendrin. Wollt ihr nicht mal wissen, warum das alles? All das Chaos und die Zerstörung? Das ist jetzt egal, ihr seid am Ende. Ihr habt versagt. Falsch, Tyria wird sich neuer Herrschaft beugen. Nein, gemeinsam bezwingen wir jeden Fein. Ja, wir sind Burgatirias. Wir mögen nicht, dass man uns rumstößt. Und was jetzt? Werbt ihr großen, starken Helden mich in den Kerker? Sowas in der Art. Jory, seht euch vor. Das tue ich allerdings. Ich mache dem ein Ende. Ein für allemal. So ist's brav. Kommt und holt mich, wenn ihr euch traut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Beim letzten Mal haben wir Scarletts Hologramm-Dingens zerstört und die ist dann geflohen. Und weiter geht's. Wir gehen hier hinterher. Sie ist geflohen. Hier ist Scarletts Ende. Let's go. Und weiter geht's. Ja, machen wir doch. Ihr werdet kriegen, was ihr haben wollt, Brox. Sieht aus, als lege der Stone-Trupp in Raidweiter. Und ihr euren Willen, Bram. Wir ziehen das gemeinsam durch. Jory, ich... Ich habe ein schlechtes Gefühl wegen... Keine Angst. Ich habe schon eine Menge Gesocks-Weddie verhaftet. Ja, Mensch. Auf geht's. Seht euch bloß an. All ihr Helden und ich armes Ding mittendrin. Wollt ihr nicht mal wissen, warum das alles? All das Chaos und die Zerstörung? Das ist jetzt egal. Ihr seid am Ende. Ihr habt versagt. Falsch. Tyria wird sich neuer Herrschaft beugen. Nein. Nein. Gemeinsam bezwingen wir jeden Feind. Ja, wir sind Burgatirias. Wir mögen nicht, dass man uns rumstößt. Und was jetzt? Werft ihr großen, starken Helden mich in den Kerker? Sowas in der Art. Jory, seht euch vor. Das tue ich allerdings. Ich mache dem ein Ende. Ein für allemal. So ist's, Bram. Kommt und holt mich, wenn ihr euch traut. Bram, sag doch was. Euer Bein. Ja, ist gebrochen. Ich weiß. Das wird schon. Geht, schnappt sie. Was? Gehen? Nein. Hier könnt ihr nicht bleiben. Zu gefährlich. Wir müssen euch wegbringen. Geht, Rox. Das ist eure Chance, ein Trupp zu sein. Ihr müsst. Müssen tue ich gar nichts. Ich lasse euch nicht allein so schutzlos, wie ihr hier seid. Jory? Jory? Oh, süße Dwayna. Hilf mir. Rieh nicht. Elendes Monster. Zurück. Das ist mein Bohrer. Meiner. Nix gibt's. Außer eins auf de Korsch. Und nehmen wir an mit ins Graf, wenn es dein muss. Ach, Gottchen. Das war unabwendbar. Ihr werdet mir das nicht verderben. Meinen Schild durchdringt ihr nicht. Ich bringe zu Ende, was ich hier begonnen habe. Oh ja. Ich halte sie beschäftigt. Geht ihr da rein und tut, was getan werden muss. Wie soll ich da reingehen? Hier drüber? Nö. Seht nach, wie es euren Freunden geht. Gleich in einem Käfig aus, äh, okay. Was kann ich für Scarlet Schleier? Oh, interessant. Hm, naja. Wir nehmen's mal. Nein. 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 Mal. Nein. so ich dachte ihr werdet ich habe still ist schon gut das hat ein bisschen kampf magie gewirkt nichts passiert kleines alles wird gut schon ein glück dass ihr da neben sein was Kann man wohl sagen, mein Freund. Kann man wohl sagen. So, Heldin, erst mal genug geknuddelt. Lauft jetzt und erstattet Magnus' Bericht. Ich wette, die lächeln schon alle nach guten Nachrichten. Hä? Was zum... Was zum... Ah, Jakspucke. Wir müssen uns zurückziehen. Hier stürzt gleich alles ein. Beeilung! Entkommt von da in stabilen Bruchbringer. Okay. Ähm, machen wir. Und das war gerade eine interessante Sequenz, nicht wahr? Ich glaube, da wurde dann auch nochmal beim Beginn von Staffel 2 drauf eingegangen. Es ist gar letztendlich abgeschlossen. Schee. Okay. Verlasst das Gebiet, äh, um euren nächsten Schritt zu planen. Machen wir. Ach, nö, ich... Muss ich da jetzt echt wieder... Bitte nicht. Nö, nö, nö. Kann ich da auch wieder raus? Hä? Da muss ich doch irgendwie rausgehen. Zum Auge des Nordens zurückkehren. Ja, machen wir halt so. So. Gut. Ähm, wo müssen wir dafür jetzt hin? Jeder kämpft für etwas. Ich vermute mal hier wieder in die Sackgasse. Na gut. Dann gang wir da mal nah. Gang jetzt mal. Neulich hat mich eine Asura-Bukha-Din. Hui! Gwen, Yara? De-de-de-dem. Ähm, nee. Sackgasse war hier. Die Sackgasse feier. Oh, das klingt auch schön. Wir haben Grund zum Feiern. Schönen guten Tag. Wir feiern Scarlet's Ableben. Wie schön, dass ihr kommen konntet. Na klar. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Oh, entspannt ihr euch mal, Braham? Hinsetzen. Wenn ihr weiter auf dem Bein rumhappelt... Besser, ihr schont das Bein. Mann, sonst teilt das nie. Es tut nicht mehr weh. Macht ihr deswegen dieses Bärengeräusch, wenn ihr euch setzt? Das ist bloß der Bärengeist in mir. Ein Trinkspruch. Auf Heldentaten sollte man anstoßen. Oh ja. Also, erzählt mal. Wie hat sich das angefühlt, Scarlet die Bosheit aus dem Leib zu stampfen? Naja, also... Aus dem Leib gestampft habe ich sie nicht wirklich. Aber kann jetzt halt nicht mehr aktiv werden, wenn der Leib halt K.O. ist, ne? Gut. Ähm... Wie hat es sich angefühlt, als ihr Scarlet den Gar ausgemacht habt? Bringt mich ja nicht zum Lachen. Meine Rippenschmerzen immer noch. Endlich habe ich die Bedeutung von Braham Bump verstanden. Nicht so süß wie ein Kuss. Als ob man einen Löwenzahn rupft und eine ganze Wurzel mit herauszieht. Ach komm, nicht so süß wie ein Kuss. Oh nein, ihr habt doch nicht etwa... Hallo, warum lacht ihr? Hey, wer hat das Karnickel rausgelassen? Ist nicht witzig. Kommt nur, Taimi. Wir feiern unseren Sieg über Scarlet. Möchtet ihr einen Becher Sack? Ich meine, wir sollten feiern, solange es noch geht. Ja, komm Taimi, komm her. Bist immer ein willkommener Gast. Was soll das denn jetzt heißen? Gar nicht. Na los, Kleine. Wie habt ihr das gemeint? Ja, Taimi. Ihr wisst schon, oder? Scarlet hat nicht bloß rumgesponnen. Was wisst ihr denn? Spuckt's aus. Hm, hm, hm. Ja. Dann spucken wir mal. Haltet mich nicht zu hinterm Pärt. Wir sind ganz... Oh, ihr kennt Scarlet besser. Als wir alle. Immerhin habt ihr sie doch getötet. Äh, von was spricht Taimi eigentlich? Ja, okay. Genau das... Das... Ist natürlich... Aussagekräftig, dass man die am besten kennt. Ja. Hm. Hm. Ich denke, ganz Tyria hat den Drachen im Sinn gehabt hätte. Ich denke, ganz Tyria hat den Drachenschrei gehört. Nein, ich denke, dass Scarlet die Leilinien im, äh, dem Wissen gestört hat, dass sie die Drachen speisen. Das verstehe ich nicht. Die Drachen verzehren Magie. Die Leilinien sind Ströme in einem Ozean der Magie. Und Scarlet warf einen riesigen Brocken in diesen Teich, sodass die Wellen den Drachen erreichten. Klingt vernünftig. Ihr seid genial. Ich habe an dieser Theorie gebastelt und alle Teile für eine ganze Weile schon zusammengefügt. So sehr ich es verabscheue, auch nur daran zu denken. Ich glaube, ihr habt recht. Und wir dachten, alle Scarlet sei unser größtes Problem. Ich habe keine Angst vor Drachen. Graham, ich muss euch mal mitnehmen in den Brand. Ein Krieger allein ist machtlos gegen einen Drachen. Zum Glück sind wir nicht allein. Was denn? Mit euch im Team Quietschmaus, wie könnten wir da verlieren? Wer hat den Bären reingelassen? Ich lache ganz später. Hey, das ist mein Spruch. Geben wir den Bären was zu fressen, bevor er uns frisst. Ich habe in der Küche Brathuhn bestellt. Es ist bald so weit. Prinzessin Margie, habt ihr eine Ahnung, wie schwer ihr mir das Leben macht? Mutter redet in einem Fort von euch. Ich habe gesagt, nennt mich nicht so. Gesagt habt ihr viel, Schwester. Schwester? Jory, eure Schwester? Ja. Kommt herein, Belinda. Begrüßt meine Freunde. Ist mir ein Vergnügen. Hallo, Freunde von Marjorie. Ihr seid also die Truppe, die Scarlet erledigt hat. Ist mir eine Ehre, euch alle zu tun. Glückwunsch, dass ihr Scarlet ausgeschaltet habt. Diese Silvari war böse, mit einem riesengroßen B. Also, wie geht's euch? Schön seid ihr geworden. Oh, Götter, sagt das nicht Mama. Und was ist mit euch? Werdet ihr etwa dick auf eurem neuen Serapenposten? Ach, ich finde sie gar nicht dick. Oh, danke. Meine Schwester beneidet mich um meine sinnliche Figur. Früher nannte sie mich Schwabbelinda. Nur weil ihr mich Prinzessin Margie genannt habt. Als wäre ich eine hochnäsige Adlige. Oh. Ihr wart hochnäsig. Marjorie hat mich und alle anderen Kinder herumkommandiert. Obwohl sie die Jüngste war. Wie habt ihr das mit Mama gemeint? Ach, ihr kennt die Gute ja. Und als sie hörte, dass ihr gegen Scarlet gekämpft habt, da... Da hat sie euch hergeschickt. Ich soll heute Abend berichten. Ich kann nicht bleiben, Liebes. Wollte nur sehen, ob ihr wohl auf seid und euer Herz schlägt. Also, schlägt es. Laut und deutlich. Was haltet ihr von Kashmir? Schön ist sie. Und reizend. Aber ist sie nicht Adliger, Herr Kumpf? Das war sie mal. Ihre Familie verlor ihre Titel. Es war... Tragisch. Jetzt ist sie wie wir. Sie arbeitet für mich. Verstehe. Nun, in diesem Fall wünsche ich euch beiden alles Glück. Ich sehe, dass sie euch viel bedeutet. Ja, das stimmt. Glückwunsch. Das freut mich sehr. Ich höre, ihr habt Scarlet den Todesstoß versetzt. Ihr habt meinen Respekt und meinen Dank. Danke. Sehr gerne. Macht euch mit Belinda bekannt. Okay? Dann machen wir das mal. Ganz ruhig. Margie hat mir viel von euch erzählt. Sie respektiert euch sehr. Wisst ihr? Es bedeutet mir viel, dass ihr... Ihr beisteht. Sie war immer so eine Einzelgängerin. Wir haben eine gute Gruppe. Ihr seid also eine Seraphin, was? Stimmt. Ich bin in Fort Salma stationiert. Aber in einer Woche werden sie mich auf eine lange Expedition in die Bristbahnwildnis schicken. Ich bin heimgekommen, um mich mit meiner Mutter zu verabschieden. Äh, bei meiner Mutter zu verabschieden. Lesen kann ich auch noch mal. Ziemlich viel Abenteuer für eine Seraphin, hm? Ja, das stimmt. Aber wir spüren eine Gruppe Schwarzmarkthändler nach, welche die Wirtschaft in der Stadt geschädigt haben. In unseren Berichten steht, dass sie hier ihr Hauptquartier haben. Dann gute Reise. Wiedersehen, Leute. Es war herrlich, euch alle kennenzulernen. Auf Wiedersehen. Gab es Ärger, weil ihr rumgestrommert seid? Nein. Ja. Soja hat mir extra Rechenaufgaben aufgewohnt. Und ich habe Scarlet verpasst. Klingt, als hätte Soja euch gern. Nein, hat sie nicht. Ihren Ruf hat sie gern. Wenn ich gut bin, steht sie als meine Kolleg-Mentorin prima da. Gefällt euch Sojas Kolleg nicht? Ich bin nicht geschaffen für Synergetik. Ich bin geschaffen für Statik. Keine Ahnung, was das heißt. Ich mach lieber was, als drüber zu reden, wie man was macht. Ah, ja. Ich auch. Schön simpel ausgedrückt. Muss schön sein, eine Schwester zu haben. Ich sehe mich nicht. Nach dem Kampf abgeschlossen. Graham. Aha. Soll ich euch was von dem neuen Äther-Strahler erzählen, den ich für meinen Ghulam gebaut habe? Ist Scarlet's Modellen nachempfunden? Aha. Funktioniert prima, aber ich muss ständig den Metzlometer nachjustieren. Aha. Den Zinnober-Spurkranz musste ich zurechtfräsen, bis er Schrödel passte. Aber ich hab's geschafft. Als nächstes mache ich ihm eine panmetrische Horchvorrichtung, damit er mich warnen kann, wenn sich jemand anschleicht. Aha. Hey, Graham. Aha. Ich mag euch, weil ihr groß seid und ein Dummer. Knauze. Okay. Okay. Schön. Aha. Okay, Belohnung. Taimis Kiste der Lagerung. Sie ist innen nicht wirklich größer als außen, aber das Kompressionsfeld kann diesen Eindruck erwecken. Steckt nur eure Hand nicht zu lange hinein. Taimi. Schee. Dann haben wir noch einen Überwurf des Löwenhauptmanns. Und ei, 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 ganz schön viel im Inventar. Cool. Äh. Glück. Ja. Glück auf. Karma. Auch. Karma auf. Äh. Scarlet Shire. Was haben wir da? Eine Ehrung für die heldenhafte Verteidigung von Löwenstein. Doppelklicken, um eine Belohnung auszuwählen. Okay. Ah. Okay. Und wie sieht er aus? Äh. Naja. Okay. Aber das mache ich dann in Ruhe. Das hat jetzt nichts mehr mit der Story zu tun. Belast das Gebiet, um euren nächsten Schritt zu planen. Okay. Wie lange haben wir ein? 20 Minuten? Ich glaube, es kommt noch mal viel. Schauen wir mal. Ich würde es eigentlich gerne abschließen. Wochen später. Kriegen wir einen Brief. Lest den Brief. Warte. Wir haben noch eine Festeinladung in zwei Stück. Äh. Liebe Walwal, bitte stoßt zu uns in die Schenke-Sackgasse in Götterfels, um den Sieg über Scarlet zu feiern. Es wäre wundervoll, wenn ihr mit anstoßen würdet. Rox und Pueham haben bereits ihre Teilnahme in Form einer Flasche Char Whisky und einem fast Non-Bier bestätigt. Ihr müsst nichts mitbringen, außer eurem Lächeln. Obwohl ihr wohl noch etwas mehr am Leib tragen solltet, wenn ihr uns dort aufsucht. Schön. Okay. Dann haben wir das auch mal noch gelesen. Bitte helft mir, die Zefiten in Löwenstein willkommen zu heißen. Walwal. Äh. Ah. Okay. Der Wiederaufbau Löwensteins ist in vollem Gange, aber selbst mit der Unterstützung unserer Freunde und Nachbarn in Ganstiria schalten die Arbeiten nur sehr langsam voran. Königin Jenner hat ihre Hilfe angeboten. Unsere Handelspartner, die Zefiten, sind auf dem Weg hierher, um uns zu unterstützen. Ähm. Ihr Handelsabkommen mit uns zu erneuern und die von Scarlet verursachten Schäden selbst in Augenschein zu nehmen. Wir möchten den Zefiten einen höchst glanzvollen Empfang bereiten. Deshalb wende ich mich an Helden wie euch und bitte darum, äh, sie mit mir gemeinsam willkommen zu heißen. Ihr würdet mir einen großen Gefallen erweisen, wenn ihr und eure abenteuralistiken Freunde nach Löwenstein kommt und, äh, ja, um mit uns die Zefiten zu empfangen. Ähm. Euch gehört jetzt schon mein Dank. Ich freue mich auf eure Ankunft. Elnkiel. Noch ebis. Na dann. Machen wir mal. 23 Minuten. Na komm, das nehmen wir nochmal rein. Aber ich glaube echt, dass das... Wir haben ja jetzt Scarlet erledigt. Und der Drache hat aufgeschrien. Da kann ja eigentlich nicht mehr so viel kommen, oder? Was nochmal? Instanz. Morgengrauen für der nächsten Reise. Okay. Löwenstein Ehrengäste. Guck mal, das ist schon wieder Feier oder was? Kiel. Bürgerin? Kiel? Im Namen des Kapitänsrats und der ehrenwerten Anwesenden. Willkommen, ihr Sephariten. Verzeiht, dass Löwenstein immer noch im Aufbau ist. Doch das Nötigste ist schon verfügbar und die Löwengarde patrouilliert. Seid unbesorgt, Kapitän. Wir bieten euch Hilfe und versichern euch, dass unser Handelsabkommen weiter besteht. Als erstes spenden wir eine Schiffsladung dringend benötigter Vorräte, die wir euch hier an den Docks abladen. Und wir bereiten eine Anzahl Attraktionen vor, deren Erlös zum Teil dem Löwensteiner Hilfsfonds zugutekommt. Das ist sehr gütig, Herr. Habt vielen Dank. Alles weitere sollten wir dann in der Ratskammer durchsprechen. Doch zunächst will ich euch einigen Helden vorstellen, die die völlige Zerstörung der Stadt verhindert haben. Hey, man zeigt mir den Mümpfinger. Bitte ist mit mir, Kashmir Maid, Marjorie Delacroix, Braham Erson, Brox und... Taimi, hab ich recht? Ganz recht. Taimi und Schradde. Sehr angenehm, Herr Oberseferit. Ich würde so gerne mal euer... Lächeln und winken, Taimi. Nur lächeln und winken, bitte. Diese tapferen Leute waren die unerschütterlichsten und erfolgreichsten freiwilligen Verteidiger unserer Stadt. Sie haben Scarlet Dornstrauch ein für allemal das Handwerk gelegt. Und sie haben dafür alles riskiert. Es ist mir eine Ehre, euch alle kennenzulernen. Angesichts solcher Barbarei braucht der Friede starke Verteidiger. Ich hoffe, ihr genießt die Kurzweil auf den Labyrinth-Klippen. Auch in Götterfels ist für Unterhaltung gesorgt, wie ich höre. So ist es. Königin Jenner war so großzügig, den Kronpavillon wieder zu eröffnen und spendet den Erlös der Feier Löwenstein. Wunderbar. Wer es wünscht, kann sich von den Klippen zur Hauptstadt der Menschen bringen lassen. Hören wir einfach direkt nach Götterfels. Scarlet hat mir den Kronpavillon beim letzten Mal ziemlich verleidet. Aber gewiss, genießt die Attraktionen in jeder beliebigen Reihenfolge. Helden sind auf jeden Fall gut für ein Fest. Hört, hört. Der Rat begrüßt eure Teilnahme und die positive Wirkung, die sie hat. Genießt die Festlichkeiten. Mach mal. Also, unsere Mission ist, Spaß zu haben und uns dabei sehen zu lassen. Dann mal los. Was macht das Bein? Dem geht's gut. Wer hier nochmal fragt. Nein, ich will keinen von euren Glücksbringern. Wisst ihr, einer von meinen würde nichts nützen. Nur ein persönlicher. Ich würde euch gern helfen, einen auszusuchen. Sonst werdet ihr wieder verwundet. Wenn euch das Pech mal gefunden hat, bleibt es bei euch. Ihr müsst es verjagen. Heiliger Wolfsschweif. Nennt man das für Muttern? Bin plötzlich sehr froh, dass meine Mutter nie da war. Da hat aber eine schlechte Laune. Ich weiß ein gutes Mittel dagegen. Sachen umhauen für das Wohl Löwensteiß. Ich mag die Seferiten. Und bin froh, dass ihr wieder wohl auf seid. Ich weiß eure Fürsorge ja zu schätzen. Aber jetzt hört endlich auf damit. Das war nicht einfach nur ein Kratzer und das wisst ihr. Ich dachte, ihr seid tot. Jagt mir nie wieder so einen Schrecken ein. Darf ich denn diesmal mitkommen? Oder werdet ihr mich wieder irgendwo hin abschieben? Niemand hat euch abgeschoben. Bei all dem Miasma und den Ätherklingen und so haben wir versucht, Leute rauszubringen. Nicht rein. Ihr solltet mich kennen. Monatelang verfolge ich Scarletts Fortschritt. Und ihr großes Finale soll ich mir entgehen lassen? Seid froh, einige von uns waren dort und haben den Schluss trotzdem nicht miterlebt. Weil ich nicht da war. Lasst euch das eine Lehre sein. Handelt niemals ohne Tiny und Schraddle. Ja, ich denk drüber nach. Und jetzt muss ich los zum Fest in Götterfels. Ich seh euch später, Kleines. Geht ihr denn zum Fest? Bram hat gesagt, ich darf. Hat er das? Was ich so gehört habe, habt ihr Probleme mit der Wahrheit, wenn es mit Braham zu tun hat. Jory, seid lieb. Natürlich dürft ihr hin. Fräulein Delacroix von Natur aus misstrauisch. Sagt nicht auf sie. Oh, tue ich nicht. Aber Braham will nach Götterfels und ich will lieber zu den Sephiriten. Darf ich mit euch kommen? Wo sind denn eure Erziehungsberechtigten? Hatte das Nachwuchsamt euch nicht jemanden zugeteilt? Die wissen natürlich, wo ich bin. Aber sagen wir mal, ich habe mir selbst Freigang genehmigt. Schön. Gut, wir sprechen zum Abschluss noch mit ihr, Äh, Ela Makal. Grüße. Hallo, Barbara. Ich bin dabei, Scarlet's Krieg für die Abtei Dormant zu dokumentieren. Lust auf eine kleine Geschichtsstunde? Erzählt mir von Scarlet's Krieg. Ach so. Du bist doch die, die dieses furchtbar schlecht gemachte Video hat, das man sich jahrelang anschauen konnte, um vielleicht ein bisschen was von Staffel 1 zu verstehen zu können und das einfach nur nichts aussagend war, oder? Die im neuen Löwenstein steht, wo man sich das angucken kann. Also auch außerhalb der Instanz. Wir schauen uns das Video nochmal an. Ich fand es furchtbar schlecht gemacht, falls das ist, was ich denke. Ja, es ist das. Ich bin dabei, die Energie der Nählinien zu untersuchen. Jeder Angriff hatte einen Zweck. In ganz Tyria sammelte sie Informationen, die im Angriff auf Löwenstein genutzt wurden. Als alle Hoffnung verloren schien, traten die Helden Tyrias mit neuen Verbündeten auf den Plan. Brayam Erson aus Klippheim. Rock Sweatstone, Gladium. Kashmir Maid, Mesmerin. Marjorie Delacroix, Detektivin. Und Tiny, Wunderkind aus Ratasum. Geführt vom Kommandeur des Pakts, setzten sie allem ein Ende. Doch obwohl sie die Stadt in der Schlacht um Löwenstein zurückeroberten, mussten sie später erkennen, dass Scarlet ihre Mission selbst im Tod erfüllt hatte. Scarlet's Maschine traf auf die Ley-Linie weit unter dem Sanktumhafen, leitete ihre Magie tief in den Maguma-Dschungel, änderte so den Lauf der Geschichte. Ja, das war alles. Klar, es gibt hier noch ein bisschen Text, aber brauchen wir jetzt nicht lesen, weil das kann jeder in Löwenstein selber lesen. Wir gehen mal raus. Und dann kann ich euch das noch zeigen zum Abschluss. Weil das gibt's im neuen Löwenstein. Ich lasse mich jetzt nur hier auf meinen Ochen begeben, der sich gleich wandeln wird. Zack, auf einmal ist es ein Kolibri. Und ja. Dann gibt es hier drüben Da steht sie jetzt. Irgendwo hier. Lass mich mal kurz... Machst du das? Ne. Hier irgendwo steht die... Da, Makai. Du bist es doch. Du warst es doch gerade eben. Das sind genau dieselben Optionen. Insofern... Ja. Habe ich mir das jetzt gespart? Kann man sich jederzeit hier im normalen Löwenstein angucken. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es das auch erstmal gewesen sein von, äh... Ja. Diesem Part. Von Let's Play Guild Wars 2. Im Anschluss an die Verarbeitung daran kann ich dann auch mal anfangen, die ganzen anderen neu durchzunummerieren. Weil... Hat ja niemand damit gerechnet, dass Staffel 1 mal wieder spielbar wird. Ähm... Und ja. Dann die Fremdnails auszutauschen und bla. Und ja. Das wird dann spaßig. Das wird mich noch eine Weile begleiten. Gut. Aber, ähm... Wie gesagt. Das war es dann erstmal. Und, äh... Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abend, Nacht oder morgen. Je nachdem, wann ihr das schaut. Und, äh... Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.